Ich bin Oliver Polak. Ich bin Micky Beisenherz. Und ich bin stolz, etwas Tolles präsentieren zu können. Kommt jetzt der Moment, wo du die Hose aufmachst? Audible hat uns gefragt, ob wir für sie regelmäßig einen Podcast aufnehmen wollen. Aus einem guten Grund. Wir haben Zeit. Viel Zeit. Außerdem waren wir wohl die Letzten, die noch keinen eigenen Podcast haben. Unsere Motivation, die Welt ein Stück besser zu machen. Die Sinne zu schärfen für das Schöne, das Wahre, die feinen... Geld. Viel, viel Geld. Naja, das kann ja jetzt nicht alles sein. Stimmt, man kann es auch nackt aufnehmen. Wie schön. Juwelen im Oras der Langeweile. Ein Podcast wie ein... Ein Kognak-Schwenker voll... Korn. Fanta Korn. Korn.